Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Marietzel und stehe hier mal wieder vor dem Händler auf der nordfriesischen Marsch ohne Gräben. Und heute nicht wegen einer neuen Mod-Vorstellung, sondern es gibt eine Korrektur. Wir hatten ja festgestellt, dass die Amazone Condor, die ich euch gestern vorgestellt habe, einen Fehler beinhaltet hat. Nämlich in der Arbeitsbreite von 45 Metern hat uns der Händler nur die Reifen angeboten. Und das hat Sander heute früh, nachdem ich ihn benachrichtigt hatte, sofort korrigiert. Er hat den Fehler gefunden und bemerkt, dass beim Rüberkopieren irgendwie eine Datei nicht mitgegangen ist. Warum auch immer, er weiß es nicht, aber er hat es korrigiert. Und deswegen schauen wir jetzt kurz rein und da werden wir uns die Maschine natürlich nochmal eben kurz anschauen, ganz klarer Fall. Also, unter Geräte, unter Sä-Technik haben wir ja hier hinten, wie wir das gestern schon gesehen haben, die Maschinen, die Amazone Condor zu finden. Einmal mit 30 Metern, auch mit 15 Metern. Wir haben 15, 30, 45 und 60 Meter zur Auswahl. Und wir gehen jetzt mal hier rein und schaut, jetzt ist die Maschine da, nicht nur die Reifen und die Räder. Ich würde sagen, wir werden die uns mal ganz, ganz schnell ein bisschen zurecht machen. Ich kaufe die dann und dann holen wir uns sie raus und schauen sie uns nochmal an. Logo nehme ich auch das gleiche wie gestern. Ich werde jetzt nichts anderes machen, großartig. Ich mache es genau, wie ich es gestern schon vorgestellt hatte in der gesamten Sache, damit es gar nicht erst so lange dauert. So hatte ich das alles. Dann war ich hierher gegangen. So sah die Maschine gestern aus, als ich sie vorgestellt habe. Auch die Felgen mache ich wieder gleich. Und so kaufe ich die jetzt. So, werden wir mal schauen. Da hinten steht das gute Stück. Ganz klarer Fall, schauen wir uns die jetzt nochmal kurz an. Alles andere wäre ja Unsinn. Wie gesagt, ich hatte euch erzählt, dass diese Maschine jetzt mulchen, walzen, ansäen und düngen kann. Also alles in einem Arbeitsgang. Wir hatten uns auch gestern schon die wunderbare Textur angeschaut. Diese wunderbare, tolle Verarbeitung jeglicher Einzelheiten hier. Das ist ein ganz klares Ding. Jetzt gehe ich hier drunter mal durch. Ich habe hier nebenan einen Traktor stehen, den ich mir zurecht gemacht hatte. Das ist allerdings ein Traktor von unserem Alexander. Ja, das war ein Prachtstück. Und das passt doch zu so einer schönen Maschine einfach nur gut dazu. Wir hängen die eben an. Das schauen wir uns natürlich an. Weil das ist einfach schon eine feine Sache. Diese Amazonic Condor, das ist einfach die beste Sämaschine für mich zumindest, die es überhaupt im Landwirtschaftssimulator gibt. So. Ich habe jetzt hier einen neuen Spielstand begonnen gehabt. Die große Fläche hier links ist nicht mehr vorhanden. Aber dieses Feld, auf dem ich heute Morgen alles ausprobiert habe, wie ihr seht, sieht ein bisschen spektakulär aus. Aber das macht ja nichts. Zum Testen war das einfach genau das richtige Feld für mich. Ich habe sämtliche Funktionen ausprobiert. Und wie gesagt, so jetzt mache ich die Maschine auf. Ganz klar schauen wir uns die jetzt an. Sie wird 45 Meter Arbeits, also 45 Meter haben in der Arbeitsbreite. Genau so. Jawohl. Funktioniert tadellos. So ist das. Okay. Schaut es euch an. Alles bestens. Okay. Ich steige jetzt aus dem Traktor aus. Eine Funktionsprobe brauchen wir jetzt nicht machen. Das haben wir ja gestern bereits getan. Die Maschine funktioniert. Es ist ja nur die Arbeitsbreite jetzt hier, die andere. Und da können wir uns darauf verlassen, dass das jetzt alles seinen Gang geht. Ja, meine lieben Zuschauer, mehr gibt es dazu jetzt nicht zu sagen. Ich wünsche euch allen viel, viel Spaß mit dieser Sämaschine. Und obendrein noch ein schönes Wochenende. Bleibt alle gesund. Passt auf euch auf. Und Sander und ich, wir freuen uns natürlich schon über eure Kommentare. Oder auch über ein einfaches Dankeschön. Ist ganz klar. Ich sage in dem Sinne jetzt erstmal Tschüssi für heute. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, was ich jetzt kurz präsentiert habe. Ich sage dann mal, bis vielleicht rückabend zum Livestream bei Shorty. Alles Liebe. Bis nachher. Eure Maritzel. Tschüssi. Gabman?